ja da sind wir wieder zurück herzlich willkommen bei limbo wir sind hier immer in dem fabriksgelände noch immer und da haben wir das letzte mal den reifen hier runter geschmissen und somit diese kiste bekommen die wir jetzt gleich weiter schieben werden und ja und ich mache den timer wieder resetting so passt und dann schauen wir mal was mit der kiste anstellen sollen ich glaube ein bisschen darauf ist aussieht ja schaut glaube ich so aus und da ist wieder so ein hebel oder weiß ich nicht was das ist damals okay setzen wir hier so ein riesiges zahnrad in gang schimmert einfach mal rauf wir haben nicht viel falsch machen das war dumm das sollte glaube ich schon oben bleiben oder wir werden es gleich sehen probiert noch einmal das war glaube ich ich glaube das sollte schon oben bleiben oder mann ich muss ich meine ich muss wahrscheinlich schon auch mit drauf aber ich kann mir nichts nachfahren oder du sollst okay noch einmal du sollst das schön mitnehmen so genau ich komme im nächsten nach denke ich halt mal aber ich glaube ich schon gut aus so da müssen wir da jetzt da ist der nächste wisst ihr was den schmeiß ich auch da gleich auf wo soll er denn sonst hingehören des mussels anna ich bin so dämlich ich weiß ich vielleicht kann ich eh so auch mit ist das ist das egal wird egal ja ich glaube das war egal war egal mein endeffekt muss ich glaube ich alle zwei kisten mit nach unten nehmen ich schaue mal bevor ich hier wieder was passiert da aha okay alles klar okay einen stelle ich drauf ich hoffe das reicht ich hoffe einer reicht dann können wir den zweiten da stehen lassen und drum den zweiten wahrscheinlich drum werden wir den zweiten brauchen oder sagt dass der eine reicht ja oder na ja gott sei denn sonst hätte ich nicht gewusst was ich mache so bis jetzt ja war klar das war wieder zu spät kommst du wieder zurück kommst du wieder kann ich dich wieder holen ja so und du sollst das war wahnsinn das war jetzt mehr glück als verstand so und jetzt was jetzt bitte sagst dass da oh gott danke was ist da los das muss da sicher einklinken oder der schaut gut aus wow jetzt dreht sich das alles hier aber wo bin ich da eigentlich und wer bin ich und was bin ich und ich habe überhaupt keine ahnung das spiel schickt einen eigentlich gleich hier nicht in die wüste sondern in den wald in dem fall bis zu beginn war und ich weiß ja gar nicht was mit mir los ist bin ich überhaupt männlich weiblich oder zumindest bin ich tot also das definitiv mal time to say goodbye okay noch einmal noch einmal so so das gefällt dann runter das kippt um sich aufpassen das muss einem doch gesagt werden bitte ich meine das ist ja wirklich ein wahnsinn ne und jetzt muss ich da glaube ich dann schnell rein wie es aussieht weil sonst fall ich da runter komm kipp 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 so genau und schnell jetzt da glaube ich weiter oder und jetzt versuche ich hier mal ich weiß auch nicht was ich da mache aber ich glaube dass und jetzt muss ich da weiter oder muss ich da weiter soll ich da mal rüber oder bin ich da jetzt richtig oder ich ah ok jetzt muss ich die kiste ah das war jetzt das war jetzt das war jetzt ah ok ich muss wahrscheinlich bleibst du na ok viel zeit habe ich nicht viel zeit habe ich nicht da muss ich da jetzt muss ich dich da na wie soll ich bitte wie soll sich das ausgehen wie soll sich das bitte ausgehen aber das hat ja was war da was war mit dem licht wieder ah das ist magnetismus ne ok so natürlich jetzt geht es wieder so nicht aus ne moment 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 ähm dann schieben wir noch ein bisschen weiter und jetzt ich muss da ein bisschen früher stoppen so moment schauen wir nochmal jetzt vielleicht in etwa ja das könnte sich ausgehen für überall hin das ist nicht leicht ich sag's euch push nur Mädels ich sag's euch so und jetzt ah ich bin zu früh weggesprungen ich bin zu früh weggesprungen eieieiei noch einmal das ganze vielleicht habe ich es ein bisschen zu weit oben das ganze probieren wir noch einmal und noch einmal und jetzt und ah ja es könnte sich ausgehen bitte schnell schnell und ja ok boah ich glaube wir haben sie ach Gott das ist Wahnsinn das Spiel so was ist da los ähm was muss ich da machen ok so ok au au beine weg das wird eine schöne Amputation werden das mit ok ich muss einmal logisch stehen ich muss mir das mal anschauen so dreht sich das dann nach links rüber das heißt ich muss wenn ich das mal hier mache hierher bewege wie lange habe ich eigentlich Zeit wie lange habe ich eigentlich Zeit na du sollst so sollst du ähm ich weiß auch gar nicht was ich da jetzt mache ok ok ja ja es passt schon so jetzt warte ah die Kiste die Kiste hätte ah die ist ja noch da kommst du ah ich hätte die Kiste getraut die kommt eh noch oder die kommt eh die wäre eh gekommen ok alles klar dann dann muss ich einfach noch warten da muss ich einfach nur kurz dass ich da raufkomme ok dann ist das eh nicht so dann reicht das jetzt und jetzt einfach das heißt nur warten einfach warten dann später auf die Kiste rauf da am Boden ist alles elektrifiziert so und da muss ich mich fallen lassen wahrscheinlich im richtigen Moment jetzt lasse ich fallen lasse ich fallen ah zu spät wieder Mann und da muss ich da vorne im richtigen Moment abspringen so wird es gemacht aber ich bin zu früh wieder also in dem Fall zu spät nicht zu früh so nochmal naja wir werden es schon hinkriegen schon wieder 9 Minuten aber so cool gemacht so cool gemacht das Spiel ich lade mich gleich runter hier so komm jetzt sollte ich mit der Kiste dann genau rüber rutschen und die Schwerkraft sollte den Rest machen und jetzt im Sprung jawohl okidoki dann haben wir das auch die Katzen geben schon wieder Gas aber wir haben die sind wir so um 10 Uhr ist die Katastrophe mit der 2 so das war jetzt was ne 9 Minuten so das selbe ist wahrscheinlich wieder sowas ähnliches was ist jetzt was passiert jetzt ähm ich muss nur aufpassen dass mir der wieder am Schädel fällt das ist meine größte Sorge momentan ja ja sagt der ne sagt der und ne so irgendwas mache ich jetzt sicher falsch so leicht würde man es nicht machen ok ich habe es gewusst ok das war ok oh was muss ich machen time to say goodbye die kommt dann da rauf ah ich habe eine Idee allerdings da muss ich na das geht nicht das geht nicht komm ich ich probiere nur was aber so schnell kann ich da auch nicht drauf ah nein da kommt die Kugel vor ja da kommt die Kugel vor auch nicht ähm ok dann muss ich die Kiste da rein bringt mir aber auch nicht viel oder bringt mir das was ja das ist ja jetzt ein bisschen probieren jetzt das muss man einfach probieren aber wenn ich die Kiste jetzt schnell da und das könnte logisch sein komm und schieb schieb das wäre jetzt logisch da oben kann eh nichts machen da jetzt schnell rein und wenn die Kugel kommt dann schnell hupfen jetzt na bringt auch nichts oder eine Idee habe ich noch ich habe noch eine Idee ich habe noch eine andere Idee jetzt glaube ich weiß ich glaube ich weiß ich muss die Kiste ich muss mich da auf die Kiste drauf stellen und dann über die Kugel drüber glaube ich oder probieren wir es mal schieb schieb an so die kommt jetzt gleich so jetzt drauf auf die Kiste und wenn die Kugel kommt komm wo ist die Kugel rund drüber na geht auch nicht geht auch nicht hä jetzt stechst du wieder an ok was dann was dann da oben komme ich nicht mehr hin na wie soll ich denn ah jetzt habe ich noch eine Idee so hätte ich geglaubt Moment Moment das ist Wahnsinn vor dem Abgrund also Abgrund vor dem Loch da auf die Kiste stellen und dann rüber springen wenn die Kugel kommt geht sich das aus wir probieren es noch einmal ich komme ja von da gleich rauf oder ich komme alles klar ich bin so dämlich ich brauche gar nicht auf die Kugel warten oh ein Schmetterling und gleich weiter ich habe ja gar nicht warten müssen ok gut coole Sache hey ein Mädchen oh nein nicht wieder bitte nicht wieder jetzt geht es wieder zur Kugel muss ich jetzt muss ich jetzt ich muss den Weg wieder zur Kugel oder ich will nicht zur Kugel ich entscheide mich für den Freitod nein ich dachte jetzt das mit den Parasiten haben wir hinter uns aber entscheidend nicht oh gut nein nein was war hallo du ah das ist der Schwere jetzt ich glaube ich kann nicht stehen bleiben ich kann ja nicht stehen bleiben ich kann nur langsamer gehen das muss ich jetzt timen wieder das muss ich jetzt timen jetzt so dann jetzt und ja das sollte sich ausgehen dass man ja so und jetzt oh Gott ah warum da ist Licht ok soweit dann drehen wir wieder um dann geht es jetzt schon zum Mädchen ah super das war vorher nett oder da ist jetzt wieder alles anders na sehr super zumindest kann ich das ein bisschen besser timen und und so und jetzt aha super oh Gott wie lange hat man da Zeit ich muss da oben drüber glaube ich nein da kann er ja nicht kann er ja nicht weil er nur in eine Richtung wow ihr habt das gesehen ey der Schleim was da gibt wow so ok ich kann ja ich wollte zurück auf die Leiter aber ich kann ja nur in eine Richtung ok müssen wir noch einmal warten müssen wir noch einmal warten ob das so lang hält ja genau passt zum Schleim auf jetzt ja äh geht da waren die ganzen Getärmen und alles dabei ne nein will ich ja gar nicht sagen so wir haben ah das ist ein blöder Zeitpunkt zum Speichern weil da irgendwie gerade nicht bitte wie soll man da da muss ich schon wenn es runter geht wie soll sich denn das ausgehen bitte wie soll sich das ausgehen das verstehe ich gerade jetzt nicht oh interesting interesting aber da oben ich prob na das ist diese Kante da oben aber das wird nicht sein ah ja genau das wollte ich nein ich lebe ja nicht mehr oder ich lebe nicht mehr ich habe geglaubt dass ich da ja wisst ihr bescheid ne dann hätte ich mehr Zeit gehabt aber das könnte es trotzdem so könnte es trotzdem gehen na das war wieder zu spät also ich war zu schnell dran so rum dass ich da in der Kante ganz am Rand stehen bleibe weil da wäre Platz da wäre Platz aber das muss man das müsste man so timen das ist ja Wahnsinn ne so ich warte noch kurz und jetzt na oder noch länger warten es ist es ist es ist Wahnsinn es geht sich sonst nicht aus ich habe die Zeit nicht ich habe unmöglich die Zeit bei dem Großen aber das ist ja nicht umsonst da ne wenn ich mich nur hinhänge nur hinhänge und jetzt rauf jetzt rauf genau jawohl na du sollst aha okay alles klar ich habe es richtig verstanden und spring na nicht so gerade gerade nach oben na ah das ist ja weil er ja 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 ich muss auch auch nicht leicht muss ich noch einmal ja weil er immer in Bewegung ist das ist das ah okay noch einmal aber das schaffen das bringen wir das schaffen das bringen wir hin so komm jetzt bitte noch ein bisschen noch ein bisschen ja ja gleich bin ich noch los im Parasit gleich bin ich noch los ja ich bin da los sie haben ja sie haben ja gefressen gott sei dank so und jetzt geht es da weiter oh Gott ich schaue nur dass ich da jetzt einmal in einen ruhigeren Bereich komme und dann mache ich eine Speicherung wir haben 20 Minuten boah ich sage euch das ist unvorstellbar du sollst nein nein du sollst boah jetzt mich fast eingezwickter okay meine Lieben hier mache ich eine kurze Speicherung sage Dankeschön fürs Zusehen fürs Zuhören und ja dann geht es das nächste Mal munter weiter wenn es wieder heißt Limbo wenn es wieder Limbo Zeit ist also macht es gut und ciao bis zum nächsten Mal angeht bis zum nächsten Mal vom hin bis zum nächsten Mal ich mache das